Hallo, mein Name ist Andreas Wutze und willkommen zurück bei Cities Skylines und dem Campus DLC. Im letzten Video haben wir hier unsere Farm weiter aufgebaut, inklusive einer Feuerwache. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Geld sparen, sodass ich auch eine Polizeistation hinstellen kann. Warte, was ist mal, jetzt hier geht die Feuerwache und ich brauche eine Polizei. Was kostet mich denn 12? Okay, ja, solange wir da warten. Okay, jetzt wieder aufhören. Okay, wir das jetzt mal wieder aufhören. Okay, jetzt wieder aufhören. Wir machen jetzt hier mal alles. Wir machen jetzt mal wieder die Feuerwache. Wir machen jetzt einfach alles. Und jetzt machen wir hier noch. Das ist jetzt mal. Du 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 du. Ach, es reicht das Geld nicht. Jetzt schon. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. ja 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 So, dann machen wir die Richtlinien an den Recycling. So, jetzt können wir die Richtlinien anbauen. So, jetzt probieren wir weiter. Okay, dann haben wir ja auch noch das. Dann werden wir mal eine Möglichkeit finden, um die Leute von hier nach da zu bringen. Und nach da. Äh, was nehmen wir denn da? Straßenbahn, Busse, Taxi. Straßenbahn wäre geil. Ja. 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 Okay, dann machen wir mal einen großen park rein. Warte, ne, wir machen hier sowas, doch, wird doch hier irgendwo. Ich glaube was war das. Machen wir hier einen kleinen Stadtpark. Ah, das geht erst ab. Ich muss ein paar Gebiete stellen. Das machen wir doch. Alles kleine. Hopp-Tor. Das war ihr, Klatzelbarbert. Okay, now I'm just gonna use the meter. So. Then we can break it down. So, I'm gonna go to the middle of the park. I'm gonna go to the middle of the park. Okay, now I'm gonna go to the middle of the park. So. Ah, the info stand. We're gonna go here. So, the park cafe. So. So. Und die Toiletten nehmen wir mal hier hin. Ah, warte mal, diese strichige Nerven. Hmm. So, dann brauchen wir ein paar Bäumchen. So, dann brauchen wir hier ordentlich Pflanzen rein. So. Und dann zäulen wir das Ganze noch ein. So. 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 So, so. So. So, so, so. und und schon haben wir hier einen schönen Park Lass mal sehen Können wir noch etwas da reinstellen? Da ist der große Stein Jaa sind Spaß haben wir auch noch Ok, da haben wir in der Hecke Oh, ein Food Truck Also, da ist die Demo weg Gar nicht Ok Nein, jetzt da strom schütter ich Skadoosh. Okay. Und jetzt mach das. So. Dann gibt's hier ein neues Foto. Okay. 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 Alternativ. Okay. 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 So. Okay. Dann haben wir noch den Friedhof. Dann haben wir hier die zwei dazwischen. Krankenhäuser. Eine Schule. So. Dann kommen wir jetzt auf den Feuer. Weeeeeee Da 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 Die erzeugen 8 pro Woche. 5 pro 8. ok die sind teurer bau war fast halb so wenig was na gut warten wir erstmal ab bis ich das geld wieder ab und dann haben wir hier noch einen Fahrradweg hier rüber so haben wir hier noch ein paar Bäume dazwischen na das ist nicht schön da ist so klein da ist so klein da ist so klein da ist so klein da ist so da ist so klein 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 da wird hier gibt es hier hier Schön, schön, schön. Oh, kann ich hier noch schnell einen Tunnel bauen? Oh, ja. Schau, schau, schau. Okay, dann, ähm, ja, haben wir es auch schon wieder für heute, allen bedanke ich mich viermal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.